Es war einmal ein junger Herr, der tat sich mit dem Arbeiten schwer. Egal ob körperlich oder geistig, seine Arbeitsmoral war stets schlampig. Er versuchte sich als Dachdecker, er versuchte sich als Wissenschaftler, ja sogar als Bäcker, aber nirgends fühlte er sich wohler. Doch er hatte einen Traum, er wollte sich eine Influencer-Gehre aufbauen. Seine Eltern verstanden dies nicht, deshalb ginge und hinterlieb bloß eine Nachricht. Er wollte sich seinen Traum erfüllen und sein Leben mit seiner Leidenschaft ausfüllen. Also startete er Videos aufzunehmen, zu lernen wie man sie schneidet, zu studieren was sind die meistgesuchtesten Themen, damit er den ersehnten Durchbruch landet. So verbrachte er seine nächsten Monate und wurde dabei der allerbeste. Seine Beweckbildaufnahmen wurden vielfach angeschaut und wie aus dem Nichts hatte er sich eine Karriere aufgebaut. Er verdiente sich dumm und dämlich. Seine Bekanntheit stieg allmählich. Aus Hunderten wurden Tausende, aus Tausenden wurden Millionen. Es kamen immer mehr Mitreisende, er grattete mittlerweile zu den Ikonen. Geld, Fame und Anerkennung waren seins. Ein Problem hatte er keins. Es war wie ein Sieg in der Lotterie. Doch leider war dies alles nur in seiner Fantasie. Die Böden sind in der Welt eingeladen. Ich bin sehr zogen Jahre alt. Und jetzt war es die Initiative haunt sie... In der Welt noch eine Weile, die bei den Unterricht geworden sind. In der Welt habe ich eine questão. Durchbruch wegen der Zwischenzeit. Nichts, die Läuphalde ist in der Welt.